Ich kann's nicht verlangsamen! Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Du! Minen! Minen! Isaac! Wo sind Sie? Ich komme! Halten Sie durch! Pfff! Hey! Vorsicht! Vorsicht! Ich kann nicht drumrum steuern! Dann brechen Sie eben durch! Oh nein! Oh nein! Ich hab's! Ich hab's! Bringen Sie es unter Kontrolle! Ich bin auf vollem Schub! Es wird langsamer! Okay! Okay! Das war's! Himmel! Das machen wir lieber nicht nochmal! Schaffen Sie es zum Fracht-Dock! Ja! Glauben Sie, es ist Luft an Bord? Alice SOS kommt irgendwo von hin! Ich hoff's also! Ach, offenbar ist hier kompletter Stromausfall! Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren! Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür! Sehen Sie! Ja! Mal sehen, ob ich reinkomme! Okay! Hier ist Luft... und Stau! Irgendeine Spur von Ellie? Nein! Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier! Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen! Augenblick! Ah! Ja! Ich versuche, das Schub! Ich versuche, die Frachtluken zu erhöhen. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Halt da, Isaac! Kommen Sie zur Tür, ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Isaac, Ellis SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Setzen Sie mir die Koordinaten. Ich sehe nach. Bitte sehr. Und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Ich finde die Koordinaten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Schott geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die hier herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Das war's. Ich bin gerade von den Resten der Crew begrüßt worden. Niemand hätte so lange da draußen überleben können. Das haben Sie auch nichts. Sie wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschächten weg. Schießen Sie auf die Extremität. Verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja! Okay, okay! Okay. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.